Hallo, der Welttag der Patientensicherheit ist ein ganz wichtiger Tag. Eines ausgerufen wurde er von der Weltgesundheitsorganisation WHO und seitdem wird er jedes Jahr gegangen. Auch wir, die Asclepius-Kliniken, sind natürlich mit dabei, um für dieses wichtige Thema zu sensibilisieren. Dazu gehört beispielsweise OP-Sicherheit, Hygiene und ganz viele andere Themen. Sowohl die Asclepius-Hartstliniken als auch die Asclepius-Kliniken Schildhauter-Siesen haben mit Infoständen und vielen, vielen tollen Ideen diesen Tag zelebriert. Heute ist der weltweite Patientensicherheitstag. Das Wichtigste dabei ist die Händehygiene, was wir im Rahmen mit Schwarzlicht in dieser Box testen können, ob es die Patienten und Leute auch richtig machen. Wir haben dazu ein Glücksrad, wo Fragen beantworten werden können, die wichtig sind für die Patientensicherheit und am Anschluss kann man auch was Schönes gewinnen. Die Aktion hat großen Anklang gefunden. Wir haben viel mit anderen Auszubildenden, Mitarbeitern und Angehörigen über dieses Thema sprechen können und auch Ratschläge geben können. Wir haben Stände zur Sicherheit bei OPs und Medikamenten zu dem Thema Störgstörungen, weil das hier in Süßen natürlich ein sehr häufig auftretendes Problem ist, aber auch zum Thema Händedesinfektion. und es war einfach ein wunderschöner Tag.